Musik So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shovel Knight King of Cards Ähm, ich hab schon wieder nicht mehr so richtig im Kopf, was wir letztes Mal gemacht haben. Wir haben hier Hä? Hä, bin ich jetzt grad blöd? Was haben wir letztes Mal gemacht? Genau da, oben. Der erste Level im Exploratorium. Gut, und da wir gerade bei den Exploratoriumslevel sind, machen wir jetzt erstmal Plague Knight. Percy, sag's dir doch, wir sind hier auf dem Präsentierteller. Deine Berechnungen können gar nicht stimmen. Nur keine Sorge, werter Freund. Unser Geheimlabor liegt außerhalb der Reichweite, selbst der neugierigsten Augen. Dafür habe ich gleich doppelt gesorgt. Oh nein, wie ich gesagt habe, wir sind nicht allein. Ich darf nicht gesehen werden. Übernimm du das, Percy, und verbockst ja nicht. Heiliger Harfesack, wie kommst du denn hier rein? Man würde die offene Tour benutzen, nicht wahr? Hey, apropos offen. Ist da hinten hinter dir etwa ein Dekanter? Zieh dir das bloß nicht an. Hier ist alles geheim. Du darfst gar nicht hier sein. Doch nun ist Percy am Deck. Mein großer Auftritt. Verdammter Lauscher. Moment. Percy ist der Boss? Echt jetzt? Sack. Hat der sich gerade selbst in die Luft gejagt? Wah. Äh. Das geht immer noch ganz gut aus. Wow. Du bewirbst mich mit random shit. Okay. Und jetzt haben wir dich fast. Zack. Zack. Einen Treffer noch. Und das war's. Uff. Diesmal hast du ja so ein Chaos angerichtet, Percy. Doch wie immer räume ich hinter dir auf. Zwei Bosse hintereinander. Wow. Ach ja. So, hab dich. Uah. Zack. 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 Ja, ich hab keinen Mana mehr. Scheiße. Hab ich nicht aufgepasst. So, jetzt aber. Einen Treffer noch. Das krieg ich hin. Und da haben wir dich. Sehr schön. Und ich müsste nicht mehr zwischendurch flennen, um mein Leben wieder hoch zurückkriegen. Okay. Damit dürften jetzt hier sämtliche Wanderer besiegt sein. Ähm. Machen wir mal noch den nächsten Level im Exploratorium. Okay, hier haben wir wieder unsere... Okay, hier haben wir wieder unsere... Äh. Na los. Äh. Ich muss, glaube ich, mir echt so ein bisschen angewöhnen, dass ich nur dann Schaden mache, wenn ich tatsächlich mich schon in der Bewegung befinde und nicht direkt am Anfang schon. Ah, okay. Das ist neu. Das gab's bisher noch nicht. Aber gut zu wissen, dass das da ist. Da würde ich wahrscheinlich einfach mal sterben, wenn ich runterfalle. Du bist weg. Hm. Komm ich da hoch oder da drüben hoch? Ach, ich kann's ja mal... Das war zu weit. Nein, da kommt man nicht hoch. Okay. Äh. So. Komm ich da hoch. Nein. Aber glücklicherweise sterbe ich von den Stacheln nicht. Wahrscheinlich haben die so ein bisschen erwartet, dass man das ausprobiert. Ähm. Gut. Ah, okay. Verstanden. Ja, zu kurz. Damit habe ich hier eine Plattform. Und damit kriege ich die andere Plattform, oder? Ja. Das ist eine coole neue Mechanik. Das ist eine coole neue Mechanik. Das ist eigentlich so, oder drüber? Wahrscheinlich nicht. So. Du bist weg. Dann an der Wand ist nichts. Aber ich habe meinen Checkpoint. Das ist immer nicht schlecht. So. Uah. Der grüne Ritter. Los, ich kriege ihn kaputt. Okay, da haben wir dich. Ähm. Ich muss da gerade. Wahrscheinlich geht es da unten weiter, oder? Also da oben komme ich auf jeden Fall weiter. Das sehe ich. Und da haben wir auch direkt... unsere zweite Medaille. Zack. Komm. Herr Füchschen. Zack. 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 Ich kann jedes bisschen an Geld gebrauchen. Zumindest so lange, bis ich mir sämtliche meiner Upgrades freigeschaltet habe. Und da unten geht es jetzt weiter. Okay. Okay. Äh. So. Machen wir dich erstmal kaputt. Zack. 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 Und ansonsten ist hier in den Wänden nichts. Auch da oben nicht? Nein. Okay. Oha. Äh. Was kommt jetzt da? Mehr. Okay. Jetzt muss ich erstmal... warten, bis alle wieder drin sind. Ja. Nicht gut. Nein! Ach, du blödes Drecksviech. Ich denke gerade immer, es wäre schön, wenn ich eine Attacke habe, die ich auch ausführen kann, wenn ich ohne mich dashhaft fortbewegen zu müssen. Aber das habe ich ja eigentlich. Mit meinen Duell-Handschuhen. Ach, du blöder Arsch. Du meinst jetzt natürlich, du musst mir total im Weg stehen. So. Geh er du erstmal kaputt. Jetzt tun wir ganz kurz unser Leben regenerieren. Auch wenn das nicht gerade sehr... ...würdig aussieht, wenn wir uns einfach unser Leben wieder hochflennen. Aber ist mir jetzt egal. So. Zack. 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 So. Oha. Nein, nein. Ach komm. Das war's doch schon. Warum mache ich mir alles immer so kompliziert? So. Ignorieren wir dich da oben einfach. Das kostet nur Zeit. Ach. So, jetzt aber. Wir sind direkt wieder da. Um ehrlich zu sein, ich bin sehr dankbar, dass das Spiel die Level so ein bisschen kürzer gemacht hat. Das heißt, man verliert nicht immer so viel Fortschritt, wenn man sterben sollte. Ach. Und natürlich kriege ich das da unten nicht wieder. Äh. So. Ähm. Ja doch. Ich mache an dieser Stelle jetzt nochmal kurz einen Cut. Wobei, ganz kurz will ich noch in mein Luftschiff zurückkehren. Aus mehreren Gründen. Zunächst einmal. Na los doch jetzt. Ähm. Holen wir uns mal ein bisschen mehr Mana, denn ich glaube, das kann ich gebrauchen. Vielen Dank, Mama. Und dann kannst du mir noch ein Upgrade geben. Und zwar. Ja. So scheiße wie ich spiele, werde ich das wahrscheinlich nicht so häufig entansprungieren können. Aber immerhin. Besser als mein Geld zu verlieren, indem ich permanent sterbe. So, der Arpa hättet sehr schön da wieder dran. Und jetzt möchte ich noch ein Duell mit Plague Knight in Theost. Ach. Äh. Mona. Warte. Was? Hi. Ernsthaft. Die ist hier? Ob ich wohl mit ihr reden sollte? Ich weiß nicht. Ich mache dich lieber beim Theost fertig und halte meine Kapuze schön sauber. Kannst du gerne versuchen. Dich kriege ich hin. Achtung, meine Güte. So, mach das das kaputt. Okay. Okay. Moment, ich muss den da runterdrücken. So. Oh, dann. Das kommt schon. Hm. Moment, 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 moment. Moment. So. Tschüss. Äh. Hörst du auf? Hm. So, jetzt. Machen wir es auch rein und dann gewinnen wir die Partie. Sehr schön. So, was nehmen wir uns denn jetzt? Wir nehmen... Percy. So, vielen Dank dafür. Oh, und eine weitere Medaille. Das ist immer gut. Und ich glaube, an dieser Stelle werde ich die Episode wieder mal beenden. So. Ähm. Ja, ich mache an dieser Stelle jetzt mal wieder einen Cut. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Musik. Mot Das ist ein guter Winther. Musik. Mikному. Musik. Musik. Musik.